Was mir besonders gefällt? Was mir der Münchner Festival besonders gefällt? Dass meine Filme hier regelmäßig abgelehnt werden. Egal was ich mache, also auch die anständigen Filme werden hier regelmäßig abgelehnt. Dass schmutziger Süden abgelehnt wurde, den ich jetzt so ein kleiner, high-schwarzer Schwabing-Porno... Das war mir wirklich vollkommen sicher, deswegen habe ich ihn erst gar nicht herher gescheckt. Aber vorher sind fünf Filme wirklich hintereinander abgelehnt worden. Darunter auch wirkliche Meilensteine der Filmgeschichte wie... Dancing with Devils, der den... ...deutschen Filmpreis bekommen hat. Und daraufhin habe ich, glaube ich, auch hier dann den Bayern-Preis gekriegt, den ich in drei Wochen kriege. Weil die Bayern wollen doch diesen schmutzigen Lemke nicht ganz verlieren. An Hamburg. Love and Peace. Mit meinem bayerischen Humor. Mit meinem bayerischen Humor, den ich auch habe. Oh, nein, nein. Oh, nochmal drauf. Ströhn. Ströhn. Ganz schnell nochmal. Ja, los. Genau. Also neben den Oberbürgermeister ist meine absolute Liebe Herr Ströhn. Denn ich mache das Ganze nur meine Proteste, damit Herr Ströhn auch mal ein bisschen öfters in die Zeitung kommt. Und auch hoffentlich irgendwann mal lächelt auch. Zum Beispiel. Also das ist mein Wunsch für das nächste Mal. Sonst, dann reiche ich doch wieder einen Film ein, Herr Ströhn. Alles klar. Vielen Dank.